Bling! Whitch! Wow! Hallo zusammen, hier ist mal wieder Tim Soat. Ich gebe zu, ich bin süchtig nach Magic. Besonders Ikoria, das neueste Set, hat mich mal wieder richtig in seinen Bann gezogen. So sehr sogar, dass ich mir das E-Book dazu geholt habe. Ikoria, Layer of Behemoth, Sundered Bond. Zu Deutsch etwa, Ikoria, Reich der Behemoth, die Entzweite Verbindung. Da wir zum Throne of Eldraine-Set keine deutsche Übersetzung bekommen haben und für das letzte Terror-Set nicht mal in Englisch ein Buch erschienen ist – nach dem Krieg der Funken-Flop waren sie etwas übervorsichtig mit ihren Hintergrundgeschichten – gehe ich stark davon aus, dass ihr das Ikoria-Buch nie oder sicher nicht in nächster Zeit auf Deutsch lesen werden könnt. Und da ich es in meiner Sucht jetzt eh schon durchgeballert habe, warum nicht allen deutschen Fans die Geschichte schön kompakt zusammenfassen. Und ja, vielleicht möchte ich hiermit auch ein bisschen auf Spice-Aid-Rack machen. Ich vermute mal, viele von euch haben gerade eher keine Lust, sich durch ein englisches E-Book zu arbeiten. Für die, die es doch wollen oder gerade tun – hey, hört auf weiter zu gucken. Ich werde hier natürlich alles spoilern und euch die Spannung verderben. Wer sich noch nicht für eine Variante entschieden hat, wenn ihr gut Englisch könnt und vielleicht auch jeden Tag englische Magic-Youtuber guckt, so wie ich, dann kann ich euch das Buch sehr empfehlen. Es ist gut geschrieben und das Englisch war mir persönlich auch nicht zu verdreht oder zu kompliziert. Also ich konnte es sehr gut konsumieren. Fast genauso gut wie ein deutsches Buch. Kleine Anmerkung noch? Viele Interpretationen hier sind natürlich meine Meinung und es kann sein, dass ihr das teilweise anders seht. Das ist natürlich vollkommen in Ordnung. So, dann hören wir jetzt mal auf mit dem Vorwort und steigen in die Geschichte ein. Kapitel 1 Wir fangen direkt mit Luca an, dem uns bekannten roten Planeswalker aus dem Set. Zu dem Zeitpunkt hat er von Planes und Walken natürlich doch keine Ahnung und ist erstmal Anführer eines Spezialtrupps der Kupferjacken, die Soldaten der gewaltigen Zugfluchtstadt Drannes in dem Land Savai auf Ikoria. Das ist die Gegend, die am ehesten Mardu repräsentiert und auch im Teaserbild zu sehen ist, mit seinen eher weißen Kristallen und hügeligen Ebenen, mit vereinzelten Wäldern und Sümpfen hier und da. Hier ist Luca gerade dabei mit seinen vier Kumpanen vom Spezialtrupp, Fallenstellerin Effa als Leutnant, Armbrustsniperin Nick und den hautraufzwilligen Gox und Getra, einen Nachtmaat zu jagen. Dass es einer ist, erkennen sie an dem toten Schaf auf Seite 1, dem nur das Gehirn weggefressen wurde. Als Spezialtrupp haben sie einiges auf dem Kasten und werden immer wieder für ungewöhnliche Bedrohungen eingesetzt, stehen unter den Kupferjacken also hoch im Kurs. Wir sehen jetzt ein bisschen die kumpelhafte Gruppendynamik zwischen ihnen, als sie den Nachtmaat wie im Lehrbuch stellen, indem sie geübte Formationen ausführen, Fallen stellen und ihn mit einem stinkenden Lockduft herauslocken. Einziges kleines Problem dabei ist, dass der Nachtmaat sehr flexible Gelenke hat und fast aus der Schlingfalle rauskommt und jemanden verletzt, aber gezielte Schwertstreiche werden mit dem mittelstarken Gegner fertig. Jetzt freuen sich die fünf auf vier Tage wohlverdienten Urlaub in Drannes, vor allem mit Saufgelagen. Hierbei sehen wir jetzt, wie sie vom vierten Außenring von Drannes, in dem sie jetzt aktiv waren und der nur für Forstwirtschaft und dergleichen genutzt wird, an Außenposten vom dritten bis zu den Mauern vom zweiten und schließlich der massiven Stadt und Festung des ersten Rings wandern. Das Ganze hat ein bisschen was von Attack on Titan, außer dass die Bewohner-Monstergriffe schon seit Jahren gewohnt sind. Natürlich war es in letzter Zeit eher ruhig, was ja immer eine Gefahr bedeutet in solchen Geschichten. Drannes ist eine belebte Stadt, die quasi vom Militär der Kupferjacken dirigiert wird, da sie für die Sicherheit gegen die ständige Bedrohung da sind. Sie betreiben auch arkane Forschung und haben Magier in ihren Reihen für Schutzzauber auf den Mauern. Die grünen Kristalle auf den Zinnen und Türmen sind fest in die Gesellschaft integriert, so befinden sie sich auch immer auf der Rüstung jedes Soldaten. Sie leuchten nämlich, wenn Monster in der Nähe sind und mit den ganz Großen in der Stadt können geübte Gelehrte sogar Monster lokalisieren, anhand einzelner Lichtblitze in ihnen. So viel zum Worldbuilding. Es ist halt eher eine Fantasy-Welt mit Menschen und Monstern, wobei aber auch domestizierte Tiere wie Hühner, Schafe und Pferde Erwähnung finden. Luca geht schnurstracks zu seiner Verlobten, die wir auch von einer Karte kennen, Gerina Kudro. Nicht nur ein Kommandant der neuen Commander-Decks, sondern auch ein Kommandant der Kupferjacken. Sie will erstmal seinen Bericht zum Nachtmarr, er will nur mit ihr ins Bett hüpfen. Mit einer Flasche guten Wein überredet er sie sogar dazu, die Versammlung des Befehlsstabs zu schwänzen. Das bisschen Info über den Nachtmarr kann auch ein anderer erzählen. Einziger Wehmutstropfen, Gerinas strenger Vater, General Kudro. Aber bei dem fühlen sie sich erstmal sicher, immerhin haben sie ihnen schon überredet, ihrer Hochzeit zuzustimmen. Es geht direkt weiter mit dem nächsten Morgen, wo sie in Gerinas 2-Zimmer-Apartment, das quasi ein Penthouse in Drannes ist, nackt im Bett liegen und keinen so argen Kater haben, weil der Wein ganz gut war. Ja, es ist halt etwas seltsam, sich die beiden Karten hier nackt vorzustellen. Nach etwas Gerede über die Situation mit ihren Jobs und dem Vater werden sie je unterbrochen. Der Urlaub für Lukas Spezialtrupp ist nach einer Nacht vorbei und sie müssen sofort den nächsten Auftrag machen. Ein fliegendes Monster hat einen 20-Mann-Trupp auf zwei Überlebende reduziert und die beiden konnten nur noch berichten, dass es eine Katze war und sie eine ganze Farm leer gefressen hat, wo sie jetzt auch sicher noch isst und ein Verdauungsnickerchen macht. Im Eiltempo geht es für die Fünfer-Truppe zur Farm und dort, angekommen beim Anblick der Leichen, bekommen sie ein ganz mieses Gefühl. Sie vermuten ganz stark, dass die Katze in einem der drei Farmgebäude lauert oder döst. Sie versuchen es also wieder mit der Fallen-, Formation- und Lockduff-Taktik, diesmal eher ohne Erfolg. Nach fast einer Stunde Warten beschließt der Tiger einfach durch die Wand der Scheune den ersten zu töten. Gox und Getra gehen in Sekundenschnelle drauf, als das Monster hervorbricht und sich auch clever nicht in irgendwelche Fallen locken lässt. Nick kauft Luca und Effa etwas Zeit mit einem Amrus-Treffer in die Seite, als ihr Kommandant auch gleich einen Rückzug ausruft. Der erboste Flugtiger hebt ab und folgt Nick sogleich durch die Kornfelder, schnappt sie sich und tötet sie wie eine Katze eine Maus, aber im Flug. Dann steuert er auf die letzten beiden Überlebenden zu und Luca stellt sich ihm, um seine fliehende Kameradin zu retten. Dann plötzlich ein grüner Lichtblitz und katzenartige Gedanken über lausiges Menschenfleisch, Schmerz in der Schulter und einen ominösen Befehl, die Menschheit zu vernichten, in Lucas Kopf. Ja, das passiert alles im Kapitel 1. Wow, gleich drei Leute tot, das ist hier echt kein Kinderprogramm. Lohnt sich wohl nicht, hier noch großen Namen von Nebencharakteren zu erwähnen. Ich muss sagen, lange Kapitel gefallen mir aber auch generell besser als allzu kurze, mit einem Absatz oder so. Kapitel 2 fängt mit Gerina im Hauptquartier an, die jetzt ein regelrechtes Wettrennen mit den pflichtbewussten Berichterstattern ihres Vaters veranstalten muss, um von Luca auf der Krankenstation zu hören, was geschehen ist. Der berichtet etwas verwirrt, aber pflichtbewusst den Kampfverlauf, auch detailgetreu seine magische Verbindung mit dem fliegenden Tiger. Das ist ziemlich schlecht, denn nicht nur wir Magic-Spieler, sondern auch alle anderen höheren Tiere bei den Kupferjacken wissen was das heißt. Diese Verbindung ist der magische Bund von Menschen und Monster auf Ikoria, der in letzter Zeit öfter beobachtet wurde und für die in Angst lebenden Menschen von Drannis eine echte Bedrohung darstellt. Gerina weiß, dass Luca die Menschen niemals verraten würde, alle anderen sehen das halt nicht so, einfach weil ihnen Luca auch nicht so wichtig ist wie Gerina. Nach einem erneuten Wettrennen zum Büro des Gefatter Generals, das Gerina wegen ihrem Wissen über Abkürzung zwar gewinnt, aber dann vom Spielverderber Sekretär so lange an der Ziellinie aufgehalten wird, bis die Berichterstatterin an ihr vorbeiziehen kann. Gerina kann also erst mit ihrem Vater reden, nachdem er sowohl EFAs als auch den Krankenbericht observiert hat. Für ihn ist die Sache klar, Festnahme von Luca, nur Gerina weiß, dass das heißt. Eigentlich gleich eine Hinrichtung. Die machen echt keine halben Sachen da, sowas wie ein Bund zwischen Mensch und Monster ist für sie gleichbedeutend mit Verrat. Auch wenn Luca ja nichts dafür kann, dass plötzlich ein magischer Lichtblitz zwischen ihm und dem Tiger erschien. Deswegen hechtet Gerina auch sofort zurück zu ihm und tüftelt mit ihm einen Fluchtplan aus. Damit es nicht so aussieht, als habe sie ihm geholfen, soll er sie als Geisel nehmen und aus der Stadt fliehen. Es folgt eine herzzerreißende Szene, in der Luca seiner Verlobten ihr Messer an die Kehle hält, während sie sich hinter ihrem Rücken in Liebe und Vertrauen die andere Hand drücken. Und so schafft er es bis zur Tür nach draußen, wo er Gerina loslässt und alleine weitermacht. Es folgt ein Katz-und-Maus-Spiel, in dem Luca immer hoffen muss, dass die Leute, mit denen er in der Stadt agiert, noch nichts von seiner Lage wissen. Jetzt kommen die sogenannten Luftbrücken ins Spiel, die quasi Autobahnen für die Soldaten sind und mit denen sie die Kunde vom fliehenden Verräter und seiner Geiselaktion halt schneller verbreiten können, als wie er durch die Stadt kommt. Deswegen wird er im zweiten Ring dann auch von einer Gruppe von Alteingesessenen und Teenager-Neulingen aufgehalten und erkannt. Er will kein Blut an seinen Händen kleben haben für eine Klärung in Zukunft und sieht sich in einer verzweifelten Lage. Da wird er von einem Pfeil gerettet, der einen großen grünen Geisterhirsch erzeugt, der alle Soldaten zur Seite fegt. Karten-Nerds wissen sofort, was das heißt. Er wird vom Planeswalker Vivian gerettet und zusammen schaffen sie es in die ländlichen Bereiche des Dritten Rings. Im Kapitel 3 geht es damit weiter, dass Gerina ihrem Vater erklärt, dass Luca sie nicht ernsthaft bedroht hat und sich dann nicht ganz sicher ist, ob General Kudrow ihre Farce durchschaut. So oder so heuert er einen Trupp Söldnerjäger an, die Gerina anführen soll und die Luca schnellstmöglich einfangen sollen. Die ist damit erstmal zufrieden und hofft auf einen improvisierten Plan, mit dem später keiner allzu großen Schaden davon nimmt. Wir springen zu Vivian und Luca, die ein Nachtlager in einem Waldstück aufschlagen. Sie stellen sich einander etwas vor, vor allem will Luca wissen, warum sie ihm geholfen hat. Sie meint, sie spürt die arkane Verbindung zwischen ihm und seinem Monster und will das erforschen. Allgemein stellt sie sich als Forscherin aus ganz fernen Landen vor und will alles mögliche über die Begebenheiten dieses Landes und seine Bewohner erfahren. Luca wundert sich über so einiges bei ihr, zum Beispiel, dass die Kristalle für sie etwas Besonderes sind und dass sie anscheinend Sympathie zu den Monstern hat. Dafür kann sie das mit den wundersamen Geistertieren und ist auch sonst eine sehr bewanderte Waldläuferin, auch in unbekannten Gebieten. Sie kocht ihnen zum Beispiel eine Suppe aus Blumen und hat auch irgendwie ein Leib aus Pilzen, Beeren und Pflanzen gemacht. Klingt ziemlich vegan. Dadurch, dass Vivian das Monster mit ihrem magischen Gespür verfolgen kann, fasst Luca den Plan, es zu jagen und sich für seine Kameraden zu rächen. Finde ich ja ganz nachvollziehbar seine Denkweise, aber wir ahnen schon, dass das mit dem Töten nicht so einfach klappen wird. Vor allem, weil Vivian das nur unter der Prämisse macht, dass sie dann dabei ist und es wahrscheinlich deeskalieren will. Bei Tagesanbruch machen sie sich dann auf zu einem Außenposten, der noch nichts von Lucas' Desation weiß und dort holen sie sich eine frische Rüstung für ihn, nachdem er immer noch die stinkende vom Kampf gegen den Tiger anhat, sowie genug Ausrüstung für ein paar Wochen im Freien. Auf dem Weg weiter raus reden die beiden auch über Monster und die Welt. Vivian meint, diese Welt ist komisch, da die Monster irgendwie von den Kristallen geformt und ernährt werden müssten, weil es eigentlich zu viele Raubtiere und gar nicht genug Reviere und Beute für alle geben kann. Luca glaubt, sie kommt von irgendeiner Insel am Ende der Welt, weil sie ihm Fragen stellt, die auch in den anderen Festungen der Menschheit, es gibt noch eine in Vulkan oder eine fliegende, jeder beantworten könnte. Er stellt ihr ihre Denkweise vom grundsätzlich bösen Monster vor und den Kristallen als Warnmittel. Es kommt auch zu einem kleinen Zwischenfall mit einem gepanzerten Dinosaurier, den sie als Team gekonnt meistern, indem Vivian mit einer Geisterbestie den Ansturm des Monsters aufhält und Luca daraufhin mit seinem Schwert eines der Beingelenke schwer verwundet. Der Saurier flieht und Luca will ihm nach, um ihn zu erlegen. Die Tierliebe Planeswalkerin sagt, das kann er schön alleine machen. Für sie hat zwar jedes Lebewesen das Recht sich zu verteidigen, aber jemanden töten, nur damit er einem später keine Probleme macht, widerspricht ihr. Da sehen wir richtig schön die Denkweisen von Grün gegen Schwarz in Magics Farbphilosophie. Gute Szene eigentlich. Da Luca sie braucht, um den Tiger aufzuspüren, folgt er lieber ihr als seinem gewohnten Verhalten. Dem armen Dino ergeht es aber trotzdem nicht so gut, denn die Gruppe von angeheuerten Jägern und Schiriner finden ihn, weil sie Luca schon dicht auf den Fersen sind. Das Extrageld aus der leichten Beute lassen sie sich natürlich nicht entgehen und wir sehen den zusammengewürfelten Haufen aus Söldnern bei der Arbeit. Die sich in der Welt nicht als Soldaten taugen, weil sie zu verrückt oder kriminell sind. Es sind unter anderem die knochenbedeckte Anführerin mit dem Riesenschwert, ein menschlicher Spürhund, eine Giftspezialistin, ein durchgedrehter Magier und ein richtiger Haut-drauf-Barbar mit Knochenkeule, die alle Spaß am töten haben. Wie sie das arme Tier zerlegen, gefällt selbst Schiriner nicht so und deswegen spielt sie die Vaterkarte aus, die ihr im Leben schon so einiges erleichtert hat, auch wenn sie es nicht gern zugibt, und drängt darauf, dass sie Luca weiter verfolgen. Die Anführerin gehorcht und sie bricht das weitere Nuten ab. Vermutlich kriegen sie viel Geld vom General für das Ganze. Luca und Vivian sind indes dem Tiger dicht auf den Fersen und folgen ihm in einen kleinen Sumpf, der Vivian aber nicht so ganz geheuer ist. Dort werden sie auch auf dem falschen Fuß von einem Nachtmaier erwischt, aber der Tiger rettet sie und tötet das Monster. Und schon merkt Luca, dass das mit der Rache an seinen Kameraden nicht so einfach sein wird, weil er immer wieder alles aus der Sicht seines magisch aufgezwungenen Gefährten sieht. Und dieser ihnen auch noch hilft. Der Hass auf Menschen, der in der ersten Version noch gelodert hat, wurde aber anscheinend dort zerbrochen und an sich ist der große Kater jetzt ziemlich handsam. Vivian bort genauer nach und in den Visionen sieht Luca auch ein großes Kristallkonstrukt aus dem Norden der Welt, das irgendwas mit dem Monster töten Menschen Befehlsgewalt zu tun haben soll. Zu dem Zeitpunkt haben aber Gerina und die Jäger sie auch schon eingeholt und die Verlobte muss sich fragen, was Luca da mit dem Tiger und dieser ihr doch irgendwie ähnlichen grünen Jäger denn macht. Vor allem als der Tiger die beiden rettet und mit ihnen davon fliegt, kommt ihr wahrscheinlich einiges Spanisch vor. Kapitel 4 Gerina ist immer noch perplex von der Situation eben, ihre Söldnerkumpanen sind aber schon dabei ein Feuer mit bunten Rauchzeichen zu machen. Als die Kupferjacke sie fragt, was das soll, meint ihre Anführerin, Mzett, dass sie die fliegende Katze nie einholen, wenn sie sich nicht die richtige Unterstützung holen. Und schon taucht ein Ballon aus der Wolkendecke herab, der das Signal gesehen hat. Es ist ein einfacher Mann aus der Himmelsstadt Skysail, der sich etwas dazu verdienen möchte und die Truppe mit nach oben nimmt, in das Luftrefugium der Menschheit. Die ganzen Passagiere passen gerade so in die kleine Kabine und so sehen wir durch Gerinas Augen die Stadt aus Luftschiffen, Zeppelin und Ballons, die alle mit Tauen, Netzen und Hängebrücken verbunden sind. Es ist eigentlich mehr ein lockerer Zusammenschluss aus individuellen Flugfahrzeugen, die immer mal wieder kommen und gehen. Nur Plattformen wie der Markt im Zentrum zeigen so etwas wie Beständigkeit des Ganzen. Auf diesen kann man wohl alles mögliche bekommen, auch eher illegales Zeug wie Monsterutensilien, aber auch die guten Waffen und Rüstung, was dran ist. Der Handel mit Skysail ist auch das einzige, was Gerina bisher davon mitbekommen hat. Wir bekommen auch etwas genauer die Kinderbanden zu sehen, die für ein, zwei Münzen die Truppe auch zur Vermillion bringen, das wohl schnellste Schiff auf Ikoria. Der Kapitän davon ist auch gleich so ein richtiger Chameur, wer selbst die eher entstellte Anführerin der Jäger-Trucke hart anbaggert und bei Gerinas Anblick sofort einwillig sie zu transportieren. Allerdings auch nur, wenn der Preis stimmt, er muss ja seine Mannschaft bezahlen können. Die Tochter des Generals verspricht ihm einen Scheck mit Siegel auszustellen, aber erstmal will sie Resultate sehen. Also geht es los mit guter Geschwindigkeit und kurz darauf auch erstmal durch einen Sturm. Luca und Vivian fliegen in dem Kapitel erstmal mit ihrem Lufttiger Richtung Norden, der seinen eigentlichen Binder – so werden die hier diese Pokémon-Trainer in Ikoria anscheinend genannt – am Gürtel im Maul trägt, was ziemlich ungemütlich ist. Deswegen versucht Luca mal dieses Gedankenübertragungsding mit seinem magischen Monster und kriegt es auch hin, dass es ihm hilft, auf seinen Rücken zu klettern. Dahinten wird er von Vivian begrüßt, die das mit dem Reiten gleich richtig hinbekommen hat und schläft nach einem kurzen Gespräch erstmal ein. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt ja bereits aus den Visionen Lukas, dass die große Kristallformation im Norden der Welt – Ozolid genannt – irgendwas mit dem verstärkten Menschenhass der Monster in letzter Zeit zu tun hat. Dem wollen sie auf den Grund gehen. Dabei ist Luca immer wieder hin und her gerissen zwischen dem Gedanken an Rache zusammen mit dem alten Pflichtgefühl seiner Stadt gegenüber und dieser eigentlich freundlichen Aura, die er von seinem Tiger empfängt. Für den Augenblick kommt er in seinem Kopf erstmal zu dem Entschluss, dass er das Monster einfach als nützliches Mittel für seine Zwecke benutzt. Sie erreicht zusammen nördlichere Hügelgegenden und die Flugkatze vermittelt irgendwie mental ein Treffen mit einer anderen Beinderin und ihrem rosa Riesenwaschbär. Dies ist ein junger und quirliger Charakter namens Brinn und stellt erstmal fest, dass Lukas Tiger eine Sie ist, bevor sie sich die ganze Geschichte von Vivian und dem Ozolid anhört. In der Gegend scheint es wohl einige Beinder mehr zu geben, die auch schon dieses merkwürdige Verhalten des Kristalls bemerkt haben und versucht haben, ihn zu untersuchen, aber anscheinend wird das Teil gerade von monströsen Schrecken bewacht. Vivian und Luca scheinen in der Sache aber eine willkommene Unterstützung zu sein, weswegen sie sich kurz darauf mit zwei anderen einsiedelnden Beinern treffen. Das ist eine bunte Truppe, wie aus einem Anime, mit einem Monsterlöwen, mit Hörnern und einem Stacheldachs. Und dann planen sie die Sache zusammen etwas genauer. Vivian lässt jetzt auch die Bombe platzen und verrät, dass sie ein Planeswalker ist. Und sie vermutet hinter dem ganzen Übel auch einen anderen, der sich gerne mal in die Geschicke der Welt einmischt. Meint sie damit vielleicht Nicole Wallace? Spielt das noch vor War of the Spark oder danach ist jetzt die Frage? Jedenfalls beschließen sie zusammen den Durchbruch zum Ozolid zu versuchen. Es folgt Kapitel 5. Erst ist noch ruhig, als wir uns das Nachtlager von Luca, Vivian und dem Pokémon Trainer Truppe anschauen. Alle kuscheln sich ins Fell ihrer Monster, Vivian reicht ihr Mantel, nur Luca sieht sich noch als zivilisiert und benutzt Zelt und Lagerfeuer, abseits von seiner Tigerin. Durch diese ganzen Gedanken in seinem Kopf, vor allem auch wie er seine Zukunft wieder gerade biegt, kann Luca nicht einschlafen und will noch einmal Nachtwandern zum Runterkommen. Er trifft Vivian beim Sterne-Gucken und fragt sie, ob sie dieselben Sterne wie auf anderen Planes sind. Sie erzählt von Welten, auf denen sie war, wo die Sterne bunt sind, ja vielleicht Terrors, wo der Herumspirren wie Glühwürmchen, keine Ahnung wo das sein soll. Und erzählt auch von ihrer Heimatwelt, die von Bollast zerstört wurde und vom Krieg der Funken auf Rafnika. Es ist also nicht der Gottrache, den sie jetzt hier hinter dem Herumfurschen am Orzolid vermutet, sondern irgendein anderer böser Planeswalker. Sie mag Ikoria aber wohl, weswegen sie diese Welt nicht auch durch irgendeine Einmischung von außerhalb vor die Hunde gehen sehen will. Sie wäre ja fast schon eine Gatewatch-Kandidatin. Luca will auf jeden Fall auch seine Heimat behalten und geht dann schließlich schlafen, mit seinen Gedanken über seinem alten Leben. Am nächsten Tag erreichen sie dann die weitschweifende Kristallformation und sehen auch gleich die vielen Nachtmahre drum herum schwören, in Form von Schlangen, Fledermäusen und sogar Gorillas mit vier Armen. Es geht also ins Gefecht. Der Plan ist Luca an den orange-leuchtenden Orzolid heranzubekommen, da er ja auch irgendwie schon dessen Einfluss auf seine Katze gebrochen hat. Und das ja vielleicht jetzt wieder klappt. Mit Vivians Hilfe kommen sie auch gut mit den dunklen Kreaturen mit leuchtenden Augen zurecht und der Ex-Soldat erreicht den Kristall, woraufhin er von einem orangenen Licht verschluckt wird. Zugleich kommt Gerina mit dem Flugschiff und der Jägertruppe dort an, sieht Luca und will ihn retten, denn erst kann ihretwegen draufgehen. Sie fragt sich kurz, ob ihr Vater vielleicht doch recht hat und Luca jetzt irgendwie übergelaufen ist, aber das will sie ihn dann selbst fragen. Es kommt also zu einem Gemetzel zwischen drei Fronten, als die Söldnertruppe unten auch noch mitmischt und das Schiff hier und da auch noch reinballert mit seinen Geschützen. Zurück in Lukas Verstand scheint er jetzt in so einer Kristall-Psychowelt zu sein, wo er sich unverhaft mit jemandem zu unterhalten beginnt, den er nicht sieht und der nicht seinen Namen verrät. Dieser Jemand hat aber irgendwas mit den Kristallen gemacht und auch sowas wie eine telepathische Rückruffunktion drin gelassen für den Fall, der jetzt eingetroffen ist. Es könnte sich um einen Planeswalker handeln, aber sicher ist das nicht. Er sieht auch irgendwie nicht ein, irgendwas mit der erhöhten Aggressivität der Monster zu tun zu haben und fragt Luca, was der eigentlich will. Der überlegt ein Weilchen und als er auch in der mentalen Welt sieht, wie die ganzen Menschen und Monster um ihn herum kämpfen und auch einer der Beinder von einem Kanonengeschoss durchbohrt wird, meint er, er will die Macht, alles wieder gerade biegen zu können. Und ja, die soll er bekommen. In einem Ausbruch der orangenen Energie werden jetzt alle Nachtmare, auch die schon halb Toten, sowie das Monster der verstorbenen Beinerin, der Stacheldachs, mobilisiert und greifen absolut rücksichtslos die Söldnertruppe an und löschen sie auch komplett aus, teilweise mit regelrechten Selbstmordangriffen. Selbst das Luftschiff holen sie vom Himmel mit einer Fledermaus-Schlangen-Kombo und als sich Luca dann Vivian und den Beinern zeigt, wird klar, dass er dafür verantwortlich ist. Er ist von der Energie Macht trunken, sieht die Monster als Werkzeug und benutzt sie ohne Mitgefühl. Seine Tigerdame hat sich aber schon davon gemacht. Geschockt, meinen seine Gefährten nun, er sei hier das Monster und die Bestien haben auch Gefühle. Als er sogar versucht, seine magisch-mentale Kristallverbindung auch noch auf ihre Seelentiere auszuweiten, platzt ihn der Kragen. Es funktioniert zum Glück nicht und Vivian ballert ihn kurz mit einem Geisterhirsch ab und macht sich dann mit den anderen davon. Während Luca sich aufrappelt und noch Girine aus dem Luftschiff holen will und dann mit seiner Armee aus Monstern bei General Kutro eine Wiedergutmachung einfordern will, indem er mit ihnen die Verteidigung von Drannis verstärkt. Wer hätte gedacht, dass unser Hauptcharakter jetzt dermaßen abdreht? Und jetzt wird uns auch etwas klarer, was im Ikoria Trailer gezeigt wurde, mit dem Lichtwechsel vom großen grünen Kristall in Drannis. Der ist nämlich auch so etwas wie ein Energiefixpunkt in Ikoria, genau wie der Ozzolid. Aber hier ist das Kapitel dann auch zu Ende. Es geht im sechsten Kapitel dann weiter mit Girine, die weit ab vom Geschehen mit einer gebrochenen Rippe neben Lukas' Tigerkatze aufwacht. Die hat die Soldatin vom abstürzenden Luftschiff gerettet und nun zu einem kleinen Fluss in Sicherheit gebracht. Mit wiederholten Kulleraugengesten, wo ich irgendwie an Drachen ziemlich leicht gemacht denken musste, will sie Girine zum Trinken bewegen. Diese ist verwirrt, aber auch durstig und kommt ja bitte nach. Sie denkt, Luca steuert die Katze irgendwo noch und will ihr helfen. Also fasst sie erst einmal Vertrauen in das Tier und lässt sich auch überreden, auf seinen Rücken zu steigen und damit sie dann zurück nach Drannis fliegen. Anscheinend kann man auf einem Katzenfell gut schlafen, denn sie döst auch eine Weile im Flug ein. Nach einer weiteren Pause, wo witzigerweise zum ersten Mal erwähnt wird, dass die Charaktere in dem Buch auch auf Klo müssen, erreichen sie bereits die äußeren Ringe. Girine merkt, wie die Katze genau auf die Mauern zusteuert, das ist bei den ganzen Geschützen, die nur auf die Monster warten, natürlich aber keine gute Idee. Irgendwie will sie klar machen, dass sie vorher landen, aber die Tigerin versteht das falsch und bringt sie genau auf die Mauer zu den Soldaten. Natürlich kommt dabei sofort der Bolzenhagel, aber das Monster beschützt seine Reiterin mit einem Abfangmanöver, wobei Girine ein paar Meter in die Tiefe auf den Steinboden der Zinnen stürzt und sich noch ein paar Knochen bricht. Aber die Besatzung erkennt sie und pflückt sie genau wie das verwundete Monster auf. Sie kann gerade noch mitteilen, dass sie es nicht töten sollen, bevor sie das Bewusstsein verliert. Sie wacht im Einzelzimmer der Eliteärzte auf, die sie erst nach ein paar entlockten Infos wieder betäuben und dann mit Magie über Nacht schnell heilen, was nur wenigen in Drannes vorbehalten ist. Aber General Kudrow hört die ganze Geschichte von ihr, ist froh, dass Girine nichts passiert ist, aber fühlt sich nur bestätigt in seinen Gedanken über Luca. Außerdem gefällt ihm gar nicht, wie seine Tochter die Flugzeigerin verteidigt. Kurzerhand bestellt er sie am nächsten Tag auf den Hof der Festung, wo auf einem Holzpodest das Monster mit schweren Ketten angebunden ist. Sie soll ihre Loyalität der Menschheit gegenüber beweisen, indem sie es eigenhändig mit einem Richtschwert tötet. Sie kann es nicht, immerhin hat die Katze ihr das Leben gerettet. Also schickt Kudrow sie weg und nimmt das Schwert selbst in die Hand. Ja, auch diese Szene ist auf einer der Karten in dem Set und ich werde die jetzt nicht nur mit denselben Gefühlen betrachten können. Ey Mann, ich hab selber eine Katze. Das bricht mir echt das Herz. Und irgendwie macht das bisher keinen Sinn. Luca ist doch noch gar kein Planeswalker. Wieso ist dann sein Seelentier auf seiner Karte drauf und stirbt jetzt hier? Wir wechseln jetzt auch die Perspektive zu ihm und seiner wachsen in Armee an kristallkontrollierten Monstern. Er wacht geschockt abseits von den ihn bewachenen Schrecken auf und sieht jetzt seit einer Weile, die er vom Ozolid und seiner Energie besessen war, zum ersten Mal wieder etwas aus dem Blickwinkel seiner Tigerin. Er sieht, wie sie Jirina gerettet hat, sie nach Trannis bringt und dort stirbt, denn nach dem Schwerthieb von Kudrow sieht er nichts mehr. Er ist nicht so traurig, wie ich dabei wäre und fasst immer noch den Entschluss, diese Monsterarmee nach Trannis zur Verteidigung der Menschheit zu bringen. Aber eine böse Vorahnung schleicht sich hier am Ende des Kapitels ein. Der Siebte zeigt uns, wie Luca seine Monster Richtung Trannis schickt, sein größtes bisher ein sechsbeiniger Dinosaurier. Die Verbindung zum Ozolid reißt nicht ab und er bekommt mehr und mehr Monster dazu. Eine regelrechte Naturkatastrophe flügt durch das Land, die natürlich auch den Speeren aus Trannis nicht entgeht. General Kudrow sieht das als offene Kriegserklärung und rüstet sein ganzes Heer. Jirina will ihm zwar klar machen, dass er die Monster auch zur Unterstützung von Trannis herbeiholen könnte, aber ganz sicher ist sie sich dabei auch nicht. Ihr Vater ist sich ziemlich sicher, dass er einfach nur die Stadt zerstören wird und sieht ihn als Verräter der Menschheit. Deswegen ist er auch skrupellos ihm gegenüber und auf seine Tochter und ihre Ehre hält er halt auch nicht mehr so viel. Deswegen er sie als Geisel mitnimmt, um eine Schwäche von Luca auszunutzen. Sie ist unter Aufsicht seines Recreteria Brit, unter seiner Truppe und ständig unter Beobachtung. Auf dem Weg zum Schlachtfeld, Lukas Armee entgegen. Während einer Rast ist sie gerade im Privatzelt eine Feldration, als ihre beiden Bewacher plötzlich ausgeschaltet werden und Vivian betritt das Zelt zusammen mit Brinn, der Beinderin mit dem rosa Riesenwaschbär namens Roland oder Roll, der passenderweise auch Rollangriffe benutzt. Sie erzählen Irina, was mit Luca los ist und dass sie jetzt eher gegen ihn sind. Irgendwo hofft die Verlobte von ihm ja immer noch, alles klären zu können, aber es sieht düste aus. Immerhin geben sich Planeswalkerinnen und Beinderin als Verbündete von ihr aus. Es folgt der nächste Tag und auf einer kleinen Insel eines Flusses kommt es zu den Verhandlungen zwischen Luca, Girina und General Kudrow. Die Menschen richten einen Haufen Geschützer auf die Insel, während der Monsterkriegsherr nur seinen Reitdino dabei hat. Lange Rede kurzer Sinn, alles geht den Bach runter. Natürlich wollen Kudrow und Luca nicht kooperieren und die Eskorte sowie einen Haufen Soldaten und die Geschütze werden von den Monstern aus dem Untergrund und dem Hinterhalt gemetzelt. Luca tötet General Kudrow, macht sich damit Girina von der Verlobten zum Todfeind. Sie hat einen Deuch dabei, mit dem sie ihn töten sollte, um ihre Loyalität zu beweisen und den benutzt sie jetzt auch, erwischt Luca aber nur an der Wange. Er ist fuchsteufelswild und schreit sie an, sie kann mit dem Rest der Trottel von Drannes draufgehen. Es ist echt krass, wie unser Hauptcharakter jetzt zum Vorzeigebösewicht geworden ist. Sie entkommt den Monstern auf der Insel und springt in die Fluten. Am Ufer angekommen sieht sie die Zerstörung, der Großteil des Heers muss sich aber nach Drannes zurückgezogen haben. Sie wird von einer Chameleonkatze angegriffen, besorgt sich als letzte Notwehr ein Schwert von einer Leiche, wird dann aber vom rosa Waschbär Roland, Brinn und Vivian gerettet. Zusammen brechen sie nach Drannes auf, sowie die Monsterarmee auch in diese Richtung marschiert. Kapitel 8 Auf dem Weg zur menschlichen Zuflucht der Savai-Region auf Ikoria treffen Jirina, Brinn und Vivian auch noch den anderen überlebenden Binder vom Kampf am Ozzolid, namens Barrow und seine gehörnte Riesenkatze Zef. Dank den beiden kommen sie nicht so schnell wie die Truppen der Menschen, aber schneller als Lukas' Armee nach Drannes und wieder einmal muss sich Jirina überlegen, wie sie das jetzt mit der Monstereinreise macht. Am Wachposten gibt sie sich zu erkennen und befiehlt, alle Waffen zu entladen und zu sichern und bitte nicht in Panik zu verfallen. Tatsächlich kommt es auch ohne Eskalation dazu, dass die Soldaten beim Anblick von Hornlöwe und Pinker Waschbär nur erschrecken, Jirina dabei aber vertrauen. Dasselbe zieht sich durch bis zur Festung in der Hauptstadt und man fragt sich, warum General Kudrow und Luca eigentlich so ein Theater darum gemacht haben. Den Gedanken, dass man auch freundliche Monster als Verbündete haben kann, haben anscheinend alle Soldaten und Bewohner recht fix akzeptiert. Wären mal alle bei Luca und seiner Tiererin so gechillt gewesen, dann würde das Armee jetzt noch leben. Jedenfalls muss die Verteidigung gegen die Monsterarmee geplant werden. Es gibt aber erst noch Autoritätsprobleme. Nach dem Papier ist Kudrows zweiter Mann Britt jetzt der Anführer. Aber Vivian gibt Jirina den guten Tipp, dass es in Krisensituationen eigentlich nur auf Durchsetzungsvermögen in der Führung ankommt. Und Jirina liefert eine gute Performance ab. Außerdem mag sie in der Armee wahrscheinlich jeder mehr als den Arschkriecher von Sekretär. Und prompt übernimmt sie die Befehlsgewalt, als die Soldaten für die Monster die Tore öffnen. Von ihrem Konkurrenten hört man dann nichts mehr. Nun geht es also darum, wie man die verteidigenden Streitkräfte gut nutzt. Und natürlich wird alles was geht am Nordtor Richtung Lucas Horde ausgerichtet. Die Luftverteidigung wird aufgestockt und die Beine als Sonderkommando gegen den Anführer selbst auserkoren. Dafür rufen sie mit ihrer Monster-Telepathie auch noch ein paar Trainer zur Verstärkung. In einem Satz wird hier von Vivian auch noch der dritte Planeswalker des Sets, Naseth, erwähnt. Die aber sicher nicht zur Hilfe kommen kann, da sie zu weit weg und mit eigenen Dingen beschäftigt ist. Sie erwarten so also Lucas Armee, die um nochmal ein gutes Stück weiter gewachsen ist. Und ihr Machtinhaber hat jetzt auch noch wieder sein Reittier gewechselt und benutzt jetzt so einen riesigen Schildkröten-Dino, der mit einem laufenden Berg verglichen wird. Auf diesem sitzt nicht nur Luca, sondern auch viele kleinere Monster. Und sie benutzen den Giganten als sowas wie ein Belagerungsturm, um direkt auf die Zinnen zu springen. Zuvor wird der Luftangriff noch abgewehrt von Geschützen, Magiern, die mit den Kristalltüren Blitze schießen. Und selbst das größte Monster, ein fliegender Walnachtmar mit Tentakeln, wird von Vivian und drei Geisteradlern heruntergeholt. Ein paar Monster kommen dank klebriger Pfoten auch recht einfach die Mauern hoch. Und es gibt wohl auch Verluste innerhalb der Mauern durch buddelnde Monster und die, die durch die Tunnel passen. Aber die Soldaten müssen mit diesen alleine klarkommen, da zu dem Zeitpunkt die Offensive der Binder und ihrer Monster durch das Tor starten muss. Diese beim Lesen doch recht beeindruckende Schlacht kann man sich in etwa als das Ereignis vom Trailer vorstellen. Mit der Ausnahme, dass kein insektenartiger Teufelsbraten erwähnt wird und Vivian nie einen Katzengefährten auf Acoria hat. Und zum Glück wird auch nicht einfach der Riesenkristall in Drannis von Lukas komischer Macht mit dem orangenen Licht übernommen. Dann wäre ja Gleichsense gewesen. Ligerina springt auf die Schildkröte und stellt Luca im Duell, während die Monster aller Größen am Boden kämpfen. Sie fällt aber ziemlich schnell wieder runter, weil ihr Ex einfach den Boden wackeln lässt, aber Roll, der rosa Waschbär, fängt sie auf. Luca ist typisch Bösewicht und fühlt sich unverwundbar mit seiner Macht, aber kommt dann doch in Bedrängnis, als die Monster der Binder an Boden gewinnen und auch ihm näher kommen. Er versucht also wieder, sie einfach zu übernehmen mit der Macht vom Ozzolid und schafft es auch beinahe, aber die mysteriöse Stimme aus dem Kristall warnt ihn, dass er es maßlos übertreibt. Und kurz darauf gibt es im Norden auch einen gewaltigen Lichtblitz, gefolgt von einer orangenen Feuersäule bis in die Wolken. Der Ozzolid ist wegen der Überbeanspruchung einfach explodiert. Die Rückkopplung der Macht zerreißt Luca geradezu, der verschwindet einfach aus der Welt. Für einen Unwissenden sieht es so aus, als wäre er pulverisiert worden, aber wir Magic-Profis wissen schon eher, was da abgeht. Jedenfalls wird die Schlacht schnell gewonnen, als Vivian tatsächlich noch, nicht Godzilla, aber ein Giganotosaurus, vielleicht sogar aus Ixalan, herbeiruft und der selbst die titanische Schildkröte fällt. Die bösen Monster werden wohl getötet oder vertrieben, während die Guten als Helden gefeiert werden. Das sieht man auch in einem kleinen Zeitsprung eine Woche später, als die Einwohner von Drannis schon gut aufgeräumt und wieder einiges repariert haben. Beinder und ihre freundlichen Monster sind jetzt voll akzeptiert und man kommt nicht umhin, Luca etwas zu bemitleiden, so wie bei ihm alles schiefgelaufen ist. Ja, vielleicht musste General Kutro sterben, damit es dazu kommen konnte. Aber da sieht man mal wieder, wohin ein Verbordheit bringt. Gerina trifft sich noch einmal kurz mit Vivian, die meint, sie war nochmal beim Ozzolid, hat aber nicht den Verantwortlichen für das Rumgepfuscher an ihm gefunden. Wer das ist, erfahren wir leider nicht mehr. Und wenn Vivian Luca irgendwo mal treffen sollte, soll sie ihm von Gerina ausrichten, es tut ihr leid, wie alles außer Hand geraten ist. Sie vermutet also, was wir eigentlich schon recht sicher wissen. Lukas Funke ist erwacht und er ist erst einmal auf eine andere Plane geschleudert worden. Darum geht es jetzt auch im letzten Abschnitt. Der frischgebackene Planeswalker erwacht in einem Sumpf und wird erst einmal von Monstern umringt, vermutlich große Wölfe oder irgendwie sowas. Er versucht wieder die Kontrolle über sie zu übernehmen, aber die Macht des Ozzolid ist ja eigentlich fort. Trotzdem schafft er es einem der Fellviecher seinen Willen aufzuzwingen und es verteidigt ihn gegen seine Artgenossen, wieder ohne auf seine Wunden zu achten. Nun haben wir also Lukas Planeswalker Fähigkeit, absolute Monsterkontrolle. Er weiß, dass er nicht auf Ikoria ist, aber er ist sich sicher, dass er eines Tages heimkommen wird. Aber wird er dann auch wieder eine Flugkatz als Begleitung bekommen, wie auf seiner Karte? Das erfahren wir nicht mehr, denn hier ist das Buch auch schon zu Ende. Gefühlt in etwa 100 Seiten, auch wenn ich das beim E-Book nicht genau sagen kann, aber es hat auch nur 2 Euro gekostet, weswegen ich insgesamt doch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis zufrieden bin. An sich hätte ich aber echt gerne noch etwas mehr von Ikoria erfahren, auch gerne einfaches Worldbuilding. Mir gefällt die Welt da einfach. So fühlt sich die Geschichte am Ende wieder etwas durchgehetzt an, was bei Eldraine auch schon von manchen kritisiert wurde. Dafür, dass ich aber eine Weile kein Buch mehr gelesen habe, war es ein komfortables Lesevergnügen. Wenn man jetzt spitzfindig die Story-Karten des Sets mit der Buchgeschichte vergleicht, kommt einem natürlich einiges merkwürdig vor. Ganz besonders Lukas Planeswalker-Karte. Das habe ich ja schon genug erwähnt. Auch dem Trailer sollte man, was das angeht, keine Beachtung schenken. Wenn man sich die Story-Spotlight-Karten des Sets nochmal anguckt, erkennt man aber schon einige Parallelen, so wie ich sie hier jetzt auch im Video an den Stellen eingebaut habe. Nur ist das bei Tentative Connection nicht wirklich so, dass Luca die Katze gleich als Freund akzeptiert hatte, immerhin hat sie ja Freunde von ihm getötet. Und Lese's Stampede hat so eigentlich auch nicht stattgefunden, zeigt aber vermutlich die Endschlacht und die Zusammenarbeit der Binder. Dieses Bestien-Einhorn, das man auf ein paar Vivian-Karten sieht und das im Set wohl ihr eigenes Ikoria-Pokémon ist, kam im Buch aber nie vor. Warum eigentlich nicht? Das hätte man gerade gegen Ende irgendwo einweben können. Dass Vivian eine Binderin auf Ikoria wird, käme mir jetzt gar nicht so merkwürdig vor. Sie kann ja nicht immer nur mit ihren Geistertierchen in der Hänge abhängen. Ich will jetzt aber nicht mehr zu viel meckern, an sich war die Geschichte gut und war gut erzählt, in einem angenehmen Tempo. Ich habe auch noch nie das perfekte Magic-Buch gelesen, meiner nach könnten die immer noch viel mehr von den Welten und Kreaturen zeigen. Ich bekomme halt Lust, selbst mal eine Geschichte zu Ikoria zu schreiben, vielleicht sogar auch etwas mit den Apexen und das Leben der Binder im genaueren. Auch wie man in einer Stadt um ein Lavasee lebt, wäre nochmal interessant zu sehen. Aber das soll es dazu jetzt erstmal von mir gewesen sein. Habt ihr das E-Book gelesen und habt auch noch ein paar Anmerkungen dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch wenn ihr die Geschichte jetzt stattdessen nur von mir gehört habt und irgendwas zu sagen habt, nur her damit. Vielen Dank fürs Zuschauen und abonniert mich gern für deutschen Magic The Gathering Inhalt. Auch noch mehr zu Ikoria. Wir sehen uns!